Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die tiptoe Stiftbatterie wechseln und somit natürlich auch den Stift öffnen und die alten Batterien austauschen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn der Stift auf einmal nicht mehr funktioniert, dann sind da relativ sicher die Batterien leer und müssen ausgetauscht werden. Das Ganze funktioniert übrigens bei den verschiedensten Generationen relativ ähnlich und ich zeige es dir aber trotzdem mal in einem neuen und vor allem auch in einem alten Modell. Bei der älteren Generation habe ich hier oben einen weißen Knopf, den ich einfach mal mit meinen Daumen drücken kann und dann kann ich gleichzeitig auch schon das Ganze nach oben aufschieben. Und wenn wir auch unsere Hülle hier unten rausziehen, können wir schon erkennen, dass hier auf der Seite unsere Batterien sind. Beim neueren Modell schaut es relativ ähnlich aus, nur dass dieser Entriegelungsknopf hier oben mit dem Finger nicht mehr drückbar ist, weswegen wir einen kleinen Gegenstand wie zum Beispiel so eine gebogene Büroklammer brauchen. Und mit der kann ich dann auch schon ganz einfach nämlich hier das Ganze hineindrücken und wieder gleichzeitig öffnen. Ich habe jetzt aber einen Stift der vierten Generation, da ist das Besondere, dass es keine Batterien mehr gibt und wir benötigen einfach so ein spezielles USB-Kabel, was ich hier unten dann auch schon ganz einfach einstecken kann und darüber lässt sich der Stift dann auch schon richtig laden. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen neuen Stift, eine Ladestation, verschiedenste Bücher oder natürlich auch eine Hülle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.